hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von bottle and the pre-sequel heute ist nur der manuel wieder dabei und du hast ein puppe in der nase passiert ja die anderen hängen uns so gerade irgendwie so hinterher weil keine lust hat muss für dich wollen du kommst doch schon wollen darf das das pk und tatsch schottsam oder was ist das hier ein ist da echt ja mal die dinge ist auch zwei packen ausschalten und ich irgendwas aber dann gucken bei einem wachsamen auge entgeht alles glaub ich dir sieht nicht so aus dann sind hier so kleine abschnitte die man nicht mal sieht und dann ist hier nicht mal so ein kleines borderland so gut wo wo bist du denn jetzt schon wieder am rumgurken Alter warte doch mal sag nicht mal dass er weitergeht das ist logisch wenn ich es jetzt geht es ja nee dann du rennst jetzt auch die ganze Zeit so vor wie so eine kleine Schlange Alter die Geistes gibt es da hinten nix mehr du brauchst du sagen dass du jetzt weiterläufst du willst Däumchen drehen und auch was ich hab gesagt dass ich weitergehe aber du hörst mir ja nicht zu hast du nicht doch hast du nicht verweise 20 euro dass du es nicht hast proprio und bin irgendwie nett ganz gut oder nix mehr deswegen bin ich nicht zu sicher klar du musst mal hier rüber oder so wir müssen ja nicht mal hier hin da oben ist irgendwas o2 ecke da will ich gucken wahrscheinlich waffn ist da halt ich komme ich bin voll ja auch ohne los zu sehen ist egal ob er zu tun ist ein weißer Raketenheer und das ist ein bisschen du hast ein von mir aber keine Raketenheer doch nicht aber gar nur zwei Plätze feiern ja gut ich hab dir bald Raketenheer vergeben wirklich geben hehehe really nigger wenn man endlich drauf das macht ja schaden das eis kommst du? jetzt ist der schon wieder 7 meter rechts Alter, ich laufe da lang und du kommst mir einfach nicht her. Weil ich das doch nicht sehe, Junge. Was glaubst du, dass ich meine Augen habe? Auf der Map. Ja, eben nicht. Kommst du mal? Nein. Kannst du mal Bescheid sagen, wenn du gehst? Ach sooo. Ich glaub, es hackt wohl. Also prinzipiell, ne? Prinzipiell. Prinzipiell, ach sooo. Piss, Kind, alter. Ach sooo. Ach sooo, prinzipiell. Ich glaub, es hackt wohl, ne? Prinzipiell, irgendwie. Prinzipiell, ach sooo. Ach sooo, ich glaub, es ist prinzipiell, wo. Ich glaub, es hackt prinzipiell, ach sooo, irgendwo. Ich glaub, es kackt prinzipiell. Ich glaub, es kackt prinzipiell. Och, die Explosion von meinem Schild macht hier nur 500 Schaden. Och sooo. Och sooo. Wenn's nur 800 Schaden sind, obwohl es hier 600 waren. Och sooo. What the fuck? Och sooo. Och sooo. Och sooo. Och sooo. Weil die läuft. Hier drin ist ja Luft, du Pussy. Ach sooo. Och sooo, ich glaub, es hackt wohl. Aber die riechen eigentlich gut. Wahrscheinlich. Und wie die aussieht. Jedenfalls, sieh zu, wie du da reinkommst. Und sag ruhig unterwegs, hallo zu den Einheimischen. Och sooo. Och sooo. Och sooo. Ja, ich komm, Dinkel-Bot. Ja, Spoiler doch ein bisschen, die dumme Hure. Dein Ernst? Das ist von, das ist von Cosmo und Wanda. Dinkel-Bot. Echt? Ich muss mich verarschen. Du bist 21 Jahre nichts Besseres, als dir die Scheiße reinzuziehen. Das weiß man von früher. Weiß man nicht. Doch. Das sind nämlich die neuen Folgen. Na, ach sooo. Aber er weiß es, meinst du? Oh jawohl. Und ein Mann-Arsch. Also prinzipiell, ne? Ja, prinzipiell tue ich jetzt, glaube ich, erstmal ordentlich meinen Lümmel auspacken, oder war es das hier mit dir? Ohne Scheiß. Warum? Fuck ja, mein Lümmel aus. Habe ich den Schmied mal in der Tasche? Habe ich nicht. Och sooo, ich glaube, sagt wo. Oh oh. Was denn? L.S. Aber ein Irrer. Bad Arsch. Mohnscheiß. Okay, mit dem Schild ist da jetzt nichts Schwieriges dran. Wir müssen mal so mehr aufnehmen am Wochenende. Da habe ich wenigstens noch Zeit, um laut zu sein, weißt du? Ich habe am Wochenende jetzt auch Zeit, Alter. Ich habe meine Freundin, die ist ab morgen nicht da. Ja, aber weißt du, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Du stinkst. Ich auch. Scheiße. Wer ist das? Weißt du, weißt du, wo der Unterschied zwischen uns beiden ist? Wir stinkt. Oh mein Gott. Die Brücke geht zu. Die Brücke geht zu. Blaue, ich nehme alles mit, ohne dich. Das ist eine Pistole mit Nahkampfschaden, nicht immer cool. Schön. Und jetzt? Keine Ahnung. Warten wir bis die Quest ist aktualisiert. Hier ist eine Steuerung. Ja. Oh, komm. Ist das jetzt ernst? Das ist, das ist direkt bei dir. Ja, schön fertig. Ist das denn? Ja, die war direkt bei mir. Ich stand da. Deswegen habe ich mich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Ja, die Brücke geht da unten. Ja, ich habe sie auch gerade aktiviert, Philipp. Die ist kaputt. Ja, weil ich sie kaputt gemacht habe mit meinem mächtigen Penis. Du musst das Methan aus den Reservoirs in die Lava leiten. So bauen wir uns einen Weg, indem wir die Lava abkühlen. Also ich muss schon mal gar nichts, ja? Hey, da kommt man doch rüber. Wie denn? Soll ich probieren? Soll ich mal probieren, ob wir da rüberkommen? Ob ich so süß bin? Da kommen wir nicht rüber. Da willst du es wissen. Was wenn doch... Na los, komm, mach. Ich stehe hier unten allerdings zur Not. Äh, nein. Ich spring von der Seite runter. Na los. Okay. Tot. Hast du das gesehen, Junge? Ich wette, das hast du nicht. Und weißt du, warum nicht? Weil du so hart nach Magi riechst, dass ich auch deinen Geruch habe. Ist das ein brillanter Plan? Ey, der lacht nicht voll aus. Das finde ich aber schade. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Ich habe noch eine andere gute Idee. Könnte sein, dass unsere Definitionen von Grut diametral entgegengesetzt sind. Die Methan-Promstation wurde nach dem großen Versen abgelöst. Abgeschaltet. Das erklärt, wieso kein Methan-Innen-Reservant war. Wir müssen die Pumpstation reaktivieren. Jetzt mal der linke Hoden von dem Lümmel schleift die ganze Zeit auf den Boden. Wir, meine ich, du. Also David, mach es. Mach, was der Lümmel dir sagt. Ich dachte, ich habe wieder ein Stück fest. Aber war nicht so. Ja, wo muss ich denn hin? Keine Ahnung. Ich sauf jetzt einfach, kann man geradeaus oder so. Und spring jetzt hier erstmal hier hoch. Du musst eine Pumpstation, du. Pump. Hast du wieder Musik angemacht? Musik? Hä? Ja, Club-Trupp-Musik. Nö, kann ich aber machen. Nö, nö. Zu spät. Läuft schon. Hahahaha, eh nicht. Nö, leider nicht. Aber ich bin damit viel schneller. Das ist übelst heftig. Ich weiß ja nicht, was das war. Ich habe aber Angst. Ach, der Jack ist wieder am rumballern. Das ist ja nicht Jack. Das ist ja dieser... Ja, ist mir doch scheißegal, wer das ist. Das kann doch gerne meine Mama sein. Ist aber nicht. Spoiler! Ich habe jetzt ge... Nee, gar nicht. Hahaha. Ich weiß, dass du auch nur in die Nähe der Funkstation kommst, habe ich eine unschöne Überraschung für dich, nämlich meine Geschütze. Gut, jetzt ist es keine Überraschung mehr, aber überleg's dir. Wir machen es trotzdem. Warum? Weil wir bad-ass-ass-ass-ass-ass-ass sind. Wir sind bad-ass-assass-ass-assass-ass-ass-ass-ass. Jetzt bin ich mir nachgefallen. Hakenngernst! War nicht meine Schuld, das war deine. Hochschul... Ich mag gerade so und auch zu stinken. Ich war so, es aber geht sicherlich. Nach Chokolade. Nach CHOCOLATE. CHOCOLATE REIND! ich komme brandbot musik gegen schneebälle die ich gerade gut doch klatschen läuft viel eingefroren die linke ist auch mal daher er kommt weiter los also wenn da wohl nur droht scheiße hat ihre kinder ich muss da genug rangehen mit meiner schott gern hier ist hier schnell genug hier ist bad er ist an mir ja und wenn du in ihm stehst doch bin ich ja trotzdem geklappt und steiner er wird monstern aber auch explodiert alles ich gar nichts mit noch geschützt ist was ich jetzt töte es ist chocolate rain kumpel mein schritt ich bin ja philip und ich sage ja den facken zack das war gut wenn wir erstmal die missionskisten ausarbeiten selten hat ein spektoren kraft hier drin mit nahkampfschaden plus 3 skill abstoßen plus 2 skill schweben wie ein bündchen du musst den metanfluss anstellen du musst den metanfluss anstellen mach mal hier ding, ich guck mal kurz O2 an mach mal hier metanfluss mal anstellen das ist ein monscheißer Ich bin hier oben gerade bei einer Waffen... Ja mach nix, kriegt er doch alleine hin. Beim Waffen-Klo bin ich gerade. Hast'n? Nein, noch nicht, aber ich bin jetzt gleich dabei. Hallo Badass. Jetzt hab' ich ihn. Mach' ich noch mal einen Outlast mit dieser Schminnige äh, mit der Schottflitte mach' ich einen One-Hit. Wie der Klepp wird, der immer um die rumfliegt, alter, das ist einfach so. Aber wie er nicht regelt, ne? Er fliegt da einfach tot durch, diesen Tod. Einfach so instant. Ich hab' mit Anno heute mal mit diesen äh, als wir so gespielt haben, hab' ich diesen Typen angefangen, der diese zwei Drohnen hat. Der ist eigentlich ziemlich cool. Ah, das hast du vorhin erzählt. Hoher Helm. Ja. Aber der ist eigentlich voll geil, ne? Der will ja auch ein... Der will ja eigentlich ein Roboter werden. Ich weiß' egal, was der werden wird. Meinetwegen kann der auch... Keine Ahnung... Äh... Nächster Politiker noch mal. Äh, Gabriel, noch was? Sind Bart, was? Ja, Adolf Kacke Bart. Meinetwegen kann das Adolf Kacke Bart werden. Au, au, au. Ich weiß nicht, was ich auf die Fresse bekomme, aber ich sterb gleich. Voll Stärke. Ins Gesicht. Mal, aber wie hier nicht. Wo? Weil, der ist nicht nur, der ist nicht nur, der ist nicht nur. Nein, aber wir... ich kommen gar nicht. Ich habe keinen Geist. Voll oberkrass, mein Freund! Alter so! Dann erst was.... Du... Einmal... Mach das schon... Mach das schon... Ach, was da los ist! Udsinn. Alter, 1100 schaden. Toklet. Wo? Wie ich... Wie, wir müssen hier nur rumrennen oder? Oder kann das sein? Oh, hier ist ein bloß quer. Das macht mir gerade ziemlich viel Spaß hier im Dombomst. Das ist eine große Waffenkiste. Da war bei mir vorhin eine lila nur drin. Da ist noch ein Badass. Wo deckt sich dahinten? Der will nicht Solo machen, komm. Der ist schon fast tot. Ist ja egal. Oh, Junge. Geil, Mondsteine. Aber richtig. Einer. 71 Stück hab ich. Nein, ein 4er war das gerade. 71 Stück hab ich. 71 Stück. Wusstest du, dass es eine Waffe mit dem Seltenheitsgrad Klitsch gibt? Jetzt weiß ich's. Ich weiß nicht, wie man die kriegt. Ich hab vorhin bei den Erfolgen den Badass-Ring mal durchgeguckt. Und du brauchst da halt ein paar Waffen von da. Und ich denk mir so, what the fuck? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie neu dazugekommen mit Pre-Sequel. Ist doch nice. Ja, aber hallo. Selten heißt grad Klitsch. Ja, hallo. Was ist das denn? Schwarz? Boah, ne schwarze Waffe wär auch richtig nice. Das ist nigger. Warum ist er denn nur drin, Alter? Ich verspreche dir, dass klar in deinem Kopf besser. Ja, geil. Na kam Waffe. Hm. Richtig nice. Ich weiß. Ich will gerne meine MG haben. Oder meine... Wie sie wirklich die andere vier angreifen? Dein Ernst? Was? Ist das denn hier wirklich serious, die Nigga? Easy. Wo ist das Problem? Dass ich grad in nem Nahkampfmodus war. Ist doch easy. Wo ist das Problem? Sprich doch mal ein bisschen hoch, Junge. Stimmt. Ich muss mal nicht so rumlaufen. Okay, wir müssen aber mal schnelle Pause machen eigentlich. Mal klopfen die Viecher schnell noch. Schneewelle, da ist auch noch ein Schneewelle. Okay, dann war's das erst mal mit der Folge hier. Okay, Sie sind Sie, wir sehen uns morgen. Ich bin der Dieter Wilhelm und wir sind aus. Ja. Mit den geilen Bubis hier.